Ja meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Applaus wird am Start und zwar in der nächsten Revue der nächsten Vorstellungen. Und zwar dieses Mal die DJI Phantom 2 oder DJI, wie man das Ganze auch aussprechen möchte. Und zwar hier in dieser Form, wie gesagt, die Phantom 2. Die Phantom 1 hatte ich ja jetzt vor vielleicht vier Wochen oder so in dem Dreh vorgestellt. Da hatte ich mir die ja über eBay Kleinanzeigen ergattert. Jetzt an der Stelle kam tatsächlich nochmal ein gutes Angebot über eBay Kleinanzeigen rein. Die DJI Phantom 2 und komplett mit First Person View Set. Das heißt direkt mit Kamera, Sender, Empfänger und Monitor. Und drei Ersatzakkus für einen schlagbaren oder unschlagbaren Preis von gerade mal 225 Euro. Ich habe für die andere Phantom mit fünf Akkus und Gimbal 100 Euro bezahlt. Was ja eigentlich ein Witz ist für so eine Phantom. Mit Carbonblättern und richtig viel Zubehör. Ja, die hier hat normale Pops drauf. Also keine besonderen Propeller, halt ein bisschen größer, wie ich schon festgestellt habe. Das müssten dann hier wahrscheinlich die 10 Zoll Propeller sein, wie die Phantom 2 schätze ich mal ausgeliefert wird. Sehr praktisch das Ganze. Wie gesagt, wurde schon alles vorverbaut. Und der Typ, der das verkauft hat, war auch ein richtig netter. Muss man wirklich mal sagen. Also man hat ja auf Ebay Kleinanzeigen nicht nur nette Leute, sondern auch ein paar Schuften und Kanoven, die einem nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und dann ist die Sache geritzt. Vielleicht mache ich da mal ein paar Real Talk Videos zu, wenn ich da mal Bock drauf habe. Weil es eigentlich extrem lustig ist, was ich zur Zeit immer so auf Ebay Kleinanzeigen erlebe. Hammergeil. Was man da so erlebt, Freunde. Da lachst du dich kaputt. Ja, hier wie gesagt, die Phantom 2 über Paypal Friends gekauft an einem Typ, den man eigentlich nicht kennt. Eigentlich keine gute Sache. Das heißt, wenn du Pech gehabt hättest, wäre der Karton gekommen und voller Zeitung gewesen und keine Phantom drin. Aber der hat so einen seriösen Eindruck gemacht. Da musste man wirklich mal sagen, Mensch, mit dem konnte man sich tatsächlich vorher erst mal unterhalten. Und ja, der hat auch alles gut erklärt. Hier an der Stelle von überall kann man mal sehen, hat er das so zusammengeschustert. Wollte jetzt auf Phantom 4 umsteigen. Denn direkt das mal mit Fragen gelöchert. Warum er das Ding überhaupt verkauft. Funktioniert überhaupt noch. Hat die Unfälle im Gegensatz zu meiner Phantom 1. Hat die hier nicht einen Baum gesehen, muss man sagen. Also nur von oben. Nicht ein Kratzer dran. Also was heißt nicht ein Kratzer. Zumindest kein größerer Kratzer, kein Riss oder so. Alles gut überstanden. Denn wirklich cool, muss man sagen. Dazu waren dann auch noch die drei Akkus. Der andere lädt gerade. Können wir mal ganz kurz hier ranholen, das gute Gerät. Da kommt er gerade. Das sind die intelligenten Akkus ja schon. Und ich wollte ja eigentlich als allererstes eine Phantom 3 Standard haben. Mit der 2,7K Kamera. Dann ist mir eigentlich so aufgefallen hinterher, wozu brauchst du eigentlich 4K bzw. 2,7K von der Auflösung. Kann ich sowieso nicht gucken, weil ich gar keinen Monitor dafür habe. Weil ich nur Full HD Monitoren habe. Noch nicht mal 4K Bildschirme habe ich bisher wirklich noch nicht gebraucht. Und ja, da lässt man sich einfach noch ein bisschen Zeit, bis die dann wirklich entweder noch günstiger werden. Oder dann wirklich ausgereifte Technik zum erschwinglichen Preis bekommt. Hier an der Stelle, wie gesagt, die intelligenten Akkus. Drei Stück an der Zahl waren dabei. Warum bin ich eigentlich umgestiegen von Phantom 1 auf Phantom 2? Bin gar nicht umgestiegen, muss man sagen. Ich habe wirklich beide noch. Das heißt, die Phantom 1 sowie die Phantom 2 bleiben. Somit ersetze ich mir persönlich die Phantom 3. Da sehen wir sie beide nochmal nebeneinander stehen. Das rechts ist die Phantom 1. Links ist die Phantom 2. Und man sieht schon bei dem Aufbau, die hat hier so die Standard-Ladestützen. Das ist immer mal ein schöner Vergleich, dass man mal sieht, so wird die eigentlich ausgeliefert. So klein und so bullig, wie die hier rechts aussieht. Das ist die Phantom 1, die ja dank dem netten Fotografen, der mir die verkauft hat, eine wirklich Supplementierung bekommen hat. Und Gimbal gleich mit drin gewesen, fünf Akkus halt, Steuerplatine fürs Gimbal, ist ja auch nicht selbstverständlich. Carbon-Propeller, acht Stück, plus nochmal zwei, Quatsch, vier normale, also zwölffach Propeller. Das sind allerdings die kleineren, sieht man hier auch. Die haben dann wahrscheinlich hier nur, ich weiß gar nicht wie viel Zoll, ob die 8 Zoll haben und die 10 Zoll. Ich weiß es nicht, steht auch leider jetzt nicht drauf. Müssen wir halt mal schauen. Ansonsten sind das wirklich zwei gute Geräte, bloß die Phantom 1 hat natürlich den Nachteil, dass die halt nur maximal mit, also nicht GoPro, ich habe hier die SJ4000, beziehungsweise so welche Actioncams, die halt im künstleren Preissegment auch Full HD liefern, muss ja keine GoPro immer sein. Ob das nun die Black Edition ist oder die 4 jetzt ist die neue. Wer gibt schon 400 Euro für eine Actioncam aus, die nur zweimal im Jahr zum Urlaub gebraucht wird, das ist ja dann jedem seine eigene Sache. Hier an der Stelle war das Gimbal dafür schon da. Ja, sehr praktisch, hat auch verwackelungsfreie Aufnahmen bisher geliefert. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, in den vier Wochen eine hochzuladen. Warum, frage ich mich bis heute selbst. Weil ich erstmal selber rumgespielt habe damit, ja, wie die sich denn so fliegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Phantom 1 fliegt sich natürlich fantastisch, aber die Phantom 2 fliegt sich einfach besser. Das Ding ist einfach mal noch mehr Belangst dabei, muss man sagen. Und du hast natürlich die Ruhe, weil ich ja durch die intelligenten Flugakkus jetzt keine Sorge mehr habe, wann geht das Ding eigentlich zu Boden. Denn die Phantom 1 sagt mir ja folgendermaßen, hör mal zu, ich blinke jetzt einfach mal rot. Ich habe jetzt hier hinten die LED, so ist ja hinten und so ist ja vorne. Und die blinkt ja dann rot. Erst langsames Rotes blinken und dann wird sie hektisch. Und wenn du das aber nicht mitkriegst, weil sie einfach mal irgendwie 50 bis 100 Meter von dir weg ist, dann müsstest du schon mit einem Feldstecher da hinten drauf gucken, weil du siehst es nicht. Schon gar nicht, wenn du mit Sonnenbrille fliegst. Das ist echt witzig. Die hat zwar hier auch unten drunter Beleuchtung, aber ich glaube, ist mir bisher noch nie aufgefallen, dass die angefangen hat zu blinken, sondern nur hier hinten dieses andere. Die anderen sind Positionslichter gewesen und bleiben konstant grün und rot. Klasse Aktion, habe ich gedacht. Was machst du da? Also musst du ja irgendwann mal umsteigen, wenn du mal länger als 8 bis 10 Minuten fliegen willst. Ich glaube maximal 7 Minuten 21 hat die geschafft. Nun sind aber auch die 5 Akkus nicht mehr alle die besten. Zwei davon sind einfach schon gräten nahm. Das heißt, wir haben sie ja hier von dem guten Herren nummeriert gehabt. Und ich hatte dann so einen Zettel gemacht und habe dann irgendwie die Stoppuhr immer jedes Mal angehalten und gestoppt, wann ich geflogen bin. Da ist dann folgendes bei rausgekommen. Sieht dann so aus, welcher wie lange geflogen ist. 7 Minuten 4 Sekunden war dann also der beste. Das war der mit zwei Pünktchen, den ich jetzt hier habe. Das ist der mit den zwei Pünktchen. Der hat richtig was geleistet. Das fand ich auch gut. Ja, und bei den anderen muss man halt sagen, die schwächelten halt ruckzuck. Und wenn man natürlich nur 6 Minuten fliegt, da kann ich auch genauso gut mit so einer WLAN-Drohne fliegen, beziehungsweise so eine 2,4 GHz Drohne, die halt wirklich nicht viel wiegt. Um die 150, 200 Gramm. Die wiegt aber auch hier schon immer so, ich glaube, sagen wir mal zwischen, sagen wir mal grobes Kilo. Ich weiß es nicht, ich müsste die wirklich mal wiegen, was die komplett mit GoPro wiegt. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann kaufst du dir ansonsten einen größeren Akku. 5000 mAh 3S Lipo kostet aber auch irgendwo die billigste Variante 30 Euro. Wenn das aber stimmt, was alle sagen, von den günstigsten, diese Fleuron-Akkus, keine Ahnung, habe ich gedacht, bevor du die dir kaufst und 30 Euro in den Wind schießt oder nachher 60 Euro ausgibst für zwei Akkus und die Dinger gehen nach 20 Ladezyklen auf. Das ist natürlich auch blödsinnig gewesen. Also geguckt und hier bei Ebay Kleinanzeigen eigentlich nach der Vision 2 Plus Ausschau gehalten mit der Live-WLAN-Übertragung. Ja gut, die wurde mir dann für 290 Euro von wem anders regelrecht vor der Nase weggekauft. Hat mich ein bisschen geärgert. Die war auch mit zwei Akkus ausgestattet, hat aber nichts weiter dabei gehabt, war aber halt ready to fly direkt. Und dann bin ich irgendwann hier auf diese Anzeige nach zwei weiteren Wochen gestoßen, welche jetzt hier diese Phantom 2 mit drei Akkus beinhaltete und kompletten First-Person-View-Set für wie gesagt gerade einmal 225 Euro. Er wollte so für 220 Euro loswerden an den Arbeitskollegen, hat er mir dann irgendwie geschrieben, weil erst war die Anzeige online, dann war sie offline. Und dann nach drei Tagen hat er sich wieder gemeldet und dann habe ich gesagt, komm, pass auf, wir machen Direktüberweisung. Und siehe da, hat funktioniert. Also ich würde es an der Stelle nicht weiterempfehlen. Gottes Willen, keine wildfremden Leute hier per Paypal Friends, wo man keine Ansprüche hinterher hat, bezahlen. Aber wie gesagt, ich habe da schon etwas Glück gehabt, muss man tatsächlich sagen, sonst wären die wohl abgeschrieben gewesen. Aber man weiß das ja selbst, wenn man so ein bisschen gerade unbedingt was haben will und das muss unbedingt das sein, dann kann man natürlich auch mal über die Stränge schlagen. Wichtig waren mir bloß die Akkus. Die haben nämlich von vornherein 5200 mAh. Das heißt, wenn ich hier so einen Standard-Akku habe von der Phantom 1, die haben gerade mal 2200 mAh. Das heißt, das ist ja schon mal über die doppelte Kapazität. Und wie gesagt, die Intelligenten lassen sich per Micro-USB hier bei der Drohne auslesen. Also ich stecke die einfach rein, habe hier das Micro-USB-Anschlusskabel, also diese Buchse, sage ich mal, stecke das Kabel rein und kann hier direkt auslesen, was los ist bei diesem Akku. Also wie viele Ladezyklen er hat, wie viele Lebensprozente er hat noch, alles Mögliche. Die Volt-Spannung der einzelnen drei Zellen, also wirklich ziemlich geil. Bei der Phantom 4 sind es ja, glaube ich, vier Akkus, also vier Zellen. Bei 15, noch was Volt, 15,2 Volt, ich weiß das nicht genau. Wie viele das sind. Auf jeden Fall sind es in der 15 Volt oder 14,8, kann auch sein. Auf jeden Fall habe ich gedacht, da reicht doch auch die günstige, weil Phantom 4, Phantom 3, gebraucht Phantom 3 kostet locker noch 400 bis 450 Euro und dann nur mit einem Akku dazu. Das ist immer so, die Flugzeit, die zählt ja nun mal. Und da so ein intelligenter Akku irgendwo gerade mal schlappe 100 bis 120 Euro kostet, dann kann man die auch gebraucht kaufen. Dabei haben wir hier noch, wie gesagt, ein Spezialladegerät von DJI. Da kann man natürlich auch Umbauten noch benutzen, damit man hier andere Ladegeräte anschließen kann. Allerdings lädt dieses Ladegerät hier, das finde ich sehr angenehm, mit 12,6 Volt und gibt gerade einmal, Moment, 4 Ampere pro Stunde aus. Das ist schon mal ziemlich krass. Das heißt, wir sind in ungefähr anderthalb Stunden fertig mit Akkuladen. Bei dem anderen Ladegerät, Moment mal, hat die Visier. Ich habe davon noch ein anderes, also sowieso von so einem ferngesteuerten Hubschrauber, aber so ein Quaxial halt kein besonderer. Wichtig war, er hatte halt 2 und 3 S-Lipo-Anschluss, haben wir hier das Original-BC20-4. Und das konnte mit 20 Watt laden. 1, 2 und 3 Ampere konnten wir auswählen. Das ist ziemlich cool gewesen. Das heißt, hier die Stromanschlüsse vom Akku ran. Das Ganze hier angeschlossen. Das machen wir nämlich auch gleich mal. Ich musste für den First-Person-View-Monitor sowieso den Strom daher beziehen. Das heißt, wir haben jetzt hier den, den habe ich vorhin benutzt. Wir machen das Ganze dann hier so wieder dran. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen gefummelt, bis man das Ganze hier wieder aufladen kann. Und dann muss der hier bei 3 S-Lipo rein. Wir haben hier 2 S, 3 S und 4 S können wir hier mitladen, mit diesem Normalladegerät, was bei der Phantom 1 Standard dabei war. Und dann ist die Sache gerizt. Ich lasse das immer bei den kleinen Dingern, lasse ich ruhig bei 1 Ampere laden. Dann dauert das halt zweieinhalb bis drei Stunden hier für so einen Akku. Aber dann halten die Akkus auch länger und blähen sich halt nicht so schnell auf. Legen wir den einfach mal direkt hier dann hin. So. Na gut. Jetzt. So. Drehen wir das Ganze mal rum. Hier an der Stelle haben wir das Standard-Ladegerät für die Phantom 2. Der lädt jetzt hier oben gerade. Er geht jetzt schon hoch. Gucke mal, ich habe ihn gerade herangesteckt. Der fliegt sich ja immer leer. Ich glaube bis 15%. Und ich habe das vorhin tatsächlich, ich habe die Zeit gestoppt. Ich komme mit den Akkus wirklich von der Phantom 2, also Standard mit 12. 12 Ladungen. Moment, ich muss gucken. Die hatten ja alle unterschiedliche Ladungen. Das ist der dritte Akku. Das ist der neueste sozusagen. Der hatte 12 Ladungen. Ich glaube der war bei 13, 14. Jetzt müsste er 15 oder 16 haben. Ich habe den schon mal zwischengeladen. Jetzt einmal richtig geladen. Und dann der erste Akku. Der ist schon ein bisschen pralle dabei. Also schon ein bisschen aufgebläht. Der hatte 40 oder 42 Ladungen. Er kriegt jetzt die 43 oder 45. Ladung von mir. Was mir hier bei dem aufgefallen ist. Der erste Akku halt. Der hat halt keine richtige Power mehr. Also der ist nach 5 Minuten in der Luft. Hat er schon komplett rote LEDs angezeigt. Wenn ich wieder runter gegangen bin, dann ist er grün geworden. Aber er wollte ja dann immer zur Notlandung schon ansetzen. Das kann man ja alles im System direkt verändern. Hier an der Stelle. Was wollte ich zeigen? Achso. Wir haben ja hier keine Benachrichtigungs-LED. Sage ich mal. Wie hier bei der Phantom 1 hinten dran. Also wenn wir die hier so nebeneinander stellen. Phantom 1 hatte ja hier die LED. Die halt grün geleuchtet hat. Wenn der die Position gespeichert hat über GPS. Den Coming Home Punkt wieder gespeichert hat. Wenn ich die Fernbedienung ausgemacht habe. Dann ist er per Failsafe wieder zurückgekommen. Und automatisch gelandet. Und das gibt es ja hier nicht. Deswegen hat man sich hier überlegt. Mensch, da die ja grundlegend fast gleich aufgebaut sind. Gucken wir uns das mal an von unten. Haben die hier diese LED-Streifen eingebaut. Vorne und hinten selbstverständlich. Und diesbezüglich kann man natürlich auch darüber hinwegsehen. Dass hinten keine LED mehr ist. Sondern die LEDs hier sind sehr schön hell. Muss man wirklich sagen. Die geben dann halt die Blink-Codes aus. Auch genau dasselbe Spiel. Wenn er GPS noch nicht gefunden hat. Im GPS-Modus logischerweise. Dann leuchten die gelb oder orange. Kann jetzt nicht genau sagen, welche Farbe das ist. Und wenn er GPS gefunden hat. Dann blinken die halt grün, wenn er nicht genügend Satelliten hat. Und die leuchten dann grün, wenn er über 5 oder 6 Satelliten gefunden hat. Auch eine sehr coole Sache. Ja, ansonsten. Was ein bisschen problematisch ist. Oder was heißt problematisch. Ist jetzt nicht problematisch. Aber die hat halt kein Gimbal dran. Sondern die hat das Gimbal dran. Jetzt bin ich schon am überlegen. Ob ich das Gimbal von hier abschraube. Und an die Phantom 2 ran baue. Plus First-Personal-Anlage. Weil die ist ja schon standardmäßig verbaut. Hier sitzt halt der Sender unten drunter. Hier ist halt an sich dann bloß nochmal hier die Antenne. Dann haben wir hier oben nochmal. Eine Action-Cam-Halterung. Fettschark steht da direkt drauf. Kann man GoPro oder SJ4000-Cams reinhauen. Hier unten ist die First-Person-View-Kamera. Das ist schon mal nicht schlecht. Die ist auch direkt vom Strom versorgt. Hat der auch sehr gut gelöst. Der Strom bezieht sich hier nicht von einem Extra-Akku. Sondern der kommt direkt von dem internen Akku von der Phantom 2. Finde ich eine sehr geile Sache. Der hat ein bisschen rumgebastelt. Der hatte auch viel Ahnung davon. Also schon mal soweit nicht schlecht. Hier kannst du halt wie gesagt die verschiedenen Winkel einstellen. Wie du halt gern gucken möchtest. Du kannst es halt nur manuell machen. Also hier ist wie gesagt kein Gimbal, was ich steuern kann vom Boden aus. Sondern ich muss es vorher so einstellen. Deswegen überlege ich schon, weil ich ja bei der Phantom 1 mit dem hinteren Hebel das Gimbal bewegen kann. Ob ich das einfach umändere auf die Phantom 2 oder ob ich das einfach so mache. Ich werde sie wahrscheinlich sowieso beide behalten, denke ich mal. Ja, dass ich einfach kurze Sequenzen hier mit der Phantom 1 rechts aufzeichne, wenn ich denn was aufzeichnen will. Und die Live-Sessions dann einfach mit der Phantom 2 genieße. Weil man da halt pro Akku 20 bis 22 Minuten Flugzeit hat. Zumindestens hier bei Akku 2 und Akku 3. Bei Akku 1, ich denke mal, werden das vielleicht noch knapp, ja ich sage einfach mal knapp 8 bis 10 Minuten im Bestfall sein. Die hatte ich aber auch vor einer Woche aufgeladen. Und wenn man die voll aufgeladen hat, dann entladen die sich auch minimal. Weil die ja eine intelligente Steuerung drin haben, damit halt irgendwie die Akkus nicht beschädigt werden. Sonst, wenn die vollgeladen, gelagert werden, dann hat man das Problem, dass die sich auch nach längerer Zeit aufblähen können. Das muss ja dann nicht sein. Da der hier schon dicke Backen hat ein bisschen, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Schlimm ist es noch nicht so weit, aber es muss ja auch nicht noch schlimmer werden. Ja, weiterhin, bevor wir das hier komplett vergessen oder ignorieren, das First Person View Set, das ist dieses hier. Ich habe hier mal ein paar Bananenstecker dran gemacht, weil die lassen sich dann tatsächlich perfekt hier rein drücken, damit man den Monitor so starten kann. Der hatte hier seinen Empfänger. Hier steht sogar drauf, was das für einer ist. RC 805. Und ja, Monitor kann man auch nehmen als DVD-Monitor oder Playstation 2-Monitor im Auto. Also ist wirklich ein multifunktionabel. Das Teil braucht man halt bloß die Kinnstecker hier ändern. Die Auflösung ist natürlich räudig. Das muss man ganz klar sagen. Aber einem gescheckten Gaul guckt man ja nicht. Ihr wisst, wohin. Wenn man das eh dazu kriegt, was soll ich da rummeckern? Umbauen kann ich später noch. Ich habe hier noch so ein Portable, einen DVD-Player. Der hat eine bessere Auflösung, glaube ich, als dieser Monitor. Wobei dieser Monitor hier an sich schon irgendwie 20 Euro, äh Quatsch, 70 Euro. Kostet 50 bis 70 Euro. Auf Amazon wahrscheinlich irgendwo bei Dritt-Webseiten noch ein bisschen günstiger. Aber der hat halt, wie gesagt, ich denke mal 7 Zoll. Und der andere, den ich habe, hat der 10. Sieht auf jeden Fall größer aus. Und er hat auch eine bessere Auflösung mit 800 mal 400. Und der wird hier nur, ich weiß gar nicht, ob der nur 352 hat oder 680, 480, 640, 480. Ich weiß nicht genau. Muss ich dann halt nochmal testen. So als ersten Test habe ich das schon mal probiert. Der hat das auch so umgebaut, dass man das direkt an die Fernsteuerung dranschrauben kann. Das geht auch. Also das heißt einfach so direkt, als wenn ihr euer Tablet oder Smartphone da oben mit dran habt, funktioniert. Da hier 2,4 GHz und hier 5,8 GHz laufen. Eine ziemlich schicke Sache. Ja, eigentlich alles in allem gesagt. Das heißt hier First Person View fliegen hier rüber und Action Cam oben drüber. Ich habe das Ganze jetzt ohne Action Cam probiert. Somit kommt sie, wie gesagt, auf knapp 22 Minuten pro Akku. Ich war also locker, ja 40 Minuten kann man eigentlich locker sagen, 40, 45 Minuten mit beiden Akkus in der Luft. Den anderen habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Den habe ich auch nicht gestoppt. Ist mir dann einfach erst hinterher aufgefallen, dass ich das erstmal probiere. Aber wie denn nun auch sei. Ja, letzten Endes eine ziemlich coole Sache. Eine coole Aktion. So habe ich ihn insgesamt für beide Drohnen 325 Euro ausgegeben. Habe ein komplettes First Person View Set. Habe einfach mal die kompletten Akkus. Drei Stück für die Phantom 2. Fünf Stück. Na gut, rechnen wir die beiden ab, die nicht mehr so gut funktionieren. Also auch drei Stück für die Phantom 1. Und bin nicht so darauf angewiesen auf die neuen DJI Phantom 3 Standard Modis. Da ja man auch sagt, dass die Phantom 3 gedrosselt werden soll. Zwecks Höhe und so. Habe ich jetzt heute noch nicht alles ausprobiert. Beziehungsweise werde ich auch so schnell nicht ausprobieren. Weil reicht ja auch, wenn man in Sichthöhe fliegt. Beziehungsweise wenn man hier 50 Meter hoch ist. Das ist doch schon ganz schön hoch. Das darf man gar nicht unterschätzen. Wenn man da auf den Bildschirm guckt und dann wieder hoch zum Himmel. Da muss man das mal umschalten können so schnell. Was ich gut finde, ich habe hier den Laptop mal drangehangen. Mit Windows 8 wieder. Das ist ja immer so ein Problem. Weiß auch nicht. Da gibt es immer die Probleme mit den einzelnen Treibern. Wird die Phantom nicht erkannt. Dann habe ich einen Windows 7 Rechner genommen. Und siehe da, da war sie dann doch da. Und dann habe ich das Ganze ausprobiert. Und konnte auch wie gesagt die Akkukapazitäten auslesen. Das werde ich nochmal im separaten Video zeigen. Wie das funktioniert. Ziemlich cool, was man so alles einstellen kann. Ich glaube da ist die auch eingestellt bis irgendwas mit 300 und 500 Meter. Ich glaube 500 Meter Reichweite, 300 Meter Höhe. Das muss man sich erstmal trauen. Heute war es ein bisschen weniger. Ich bin wie gesagt anfänglich heute mit der Phantom 2 gestartet. Finde aber auch, dass die Phantom 2 wahrscheinlich aufgrund entweder der Updates, das weiß ich jetzt nicht. Oder der NASA, die aktueller drin verbaut ist. Das stabiler in der Luft liegt als die Phantom 1. Muss man wirklich ganz klar mal sagen. Kann auch sein, dass es die großen Props sind. Also natürlich, das darf man nicht missachten. Das Ding ist natürlich schwerer oder genauso schwer. Schwer zu sagen. Und ja, definitiv beim Start her kippt die mir. Das wird aber am Gimbal liegen. Das wird es nämlich sein. Richtig. Weil das Gimbal ist hier vorne. Und das Gimbal hat ein gewisses Gewicht. Das ist halt ein China Gimbal. Kein ultimatives hier H3D, wie auch immer die heißen. Sondern so ein Gimbal hat er mir erzählt für 50, 60 Euro von Gearbest oder so dergleichen. Und dementsprechend wiegt das Teil natürlich noch mehr als so ein neues Gimbal mit dem 3D Modus. Ich habe hier nur den H, keine Ahnung, 2D irgendwie. Halt nur zwei Achsen statt drei Achsen. Reicht aber auch vollkommen aus. Wenn es ein bisschen wackelt, Mensch, für 100 Euro kann man da nicht meckern. Sonst muss man halt wirklich 400, 500, 600 Euro ausgeben. Und dann ist man auf der richtigen Spur. Hier, wie gesagt, fehlt halt das Gewicht vorne. Beziehungsweise es fehlt nicht. Die hebt sauber nach oben ab. Die Phantom 1, da habe ich schon ein paar Mal die Propeller hier vorne schaben lassen. Sagte ich, glaube ich, im ersten Video auch. Allerdings hat man da das Glück, dass hier die Carbon Props drauf sind. Und die, Gott sei Dank, nicht geschrottet wurden bisher. Ja, gucken wir mal. Solange die hier halten bleiben, die auch drauf, die Standarddinge. Ob das nur mehr Krach macht oder weniger, ist mir egal. Fliegt ja sowieso in der Luft rum. Ja, hätte mich heute fast mit einem kleinen Piepmatz und einem Adler angelegt. Wie ich das beobachtet habe. Selbstverständlich natürlich keine Kamera dran. So, Purs-Pursen-View. Erstmal ausprobiert. Und ja, der Adler fand das lustig und hat vielleicht gedacht, da kommt so ein Genosse daher. Allerdings fand er die Lautstärke nicht so gut. Ist ruckzuck wieder abgedampft, als ich dann in seine Richtung gedonnert bin. Weil die machen ja wirklich von der Geschwindigkeit her beide dieselben Sachen. Da kann man an sich nicht meckern. Ja, jetzt können wir das Ganze hier nochmal kurz vielleicht zeigen. Eigentlich relativ uninteressant. Aber es funktioniert halt, das Steckprinzip. Man muss halt aufpassen bei LiPo-Akkus, dass die hier nicht beide, dass sich Plus und Minus hier berühren. Sonst hat man natürlich ein akkurates Problem. Hier funktioniert das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Man hat halt direkt die Bildübertragung. Man haut hier den Akku rein. Wir machen das mal an der Stelle. Das ist ja auch sehr cool. Also hier hat man, wie gesagt, die Möglichkeit bei der Phantom 2 einfach nur reinzudrücken. Ich drücke den kurz an. Dann starte ich das Teil. Also ich muss kurz gedrückt halten. Und dann fährt die sich hoch. Und dann schaltet die sich auch schon an. So, und jetzt gucken wir mal. Achso. Jetzt müsste ich mal sehen, inwiefern er den Kanal hier... Kein Signal. Warum kein Signal? Woran liegt das? Habe ich hier was gedrückt? Ja, dass er jetzt hier blinkt, das ist völlig normal. Kann ich hier übrigens bei dem Bildschirm auch noch das Bildsignal rumdrehen. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht, warum er jetzt kein Bildsignal hat. Achso, na klar, ich weiß es schon. Und zwar aus dem Grund, weil ich hier an der Seite immer erst mal das Ding anschalten muss. Dann sendet er hier auf einem bestimmten Kanal. Kanal 8 sagt er mir jetzt hier. Okay. Kein Signal. Was ist da los? Ah, da ist es ja. Und dann kommt das gute Ding. Wir haben jetzt das Problem, dass ich jetzt hier nicht aufgepasst habe wegen dem Akku, siehst du. Sondern er startet dann immer wieder neu. Mal ganz kurz. Achso, jetzt hat er sich wieder ausgestellt, weil ja hier der Akku kurz mal gesagt hat, gute Nacht. Was ist denn jetzt los? Achso, jetzt geht es wieder. Irgendwo war ein Wackelkontakt. Muss ich nochmal umdurch zusammenbauen. Und dann geht das Ganze auch wieder. So, jetzt gucken wir mal. Und jetzt geht es. Machen wir vorsichtig hoch. Also, der Bildschirm ist hier auf ultimative Helligkeit eingestellt. Gucken wir mal. Und die Live-Bild-Übertragung funktioniert wirklich echt cool. Ja, man sieht es. Wieso macht er das jetzt nicht scharf? Verdammt nochmal. Jetzt. Da. Ist der Blöde oder was? Der ist dumm. Ist auch nochmal schnell. So. Also es funktioniert definitiv. Eine richtig coole Sache. Dann kommt die Phantom hier wieder rein. So. Dann macht man die wieder aus. Wieder gedrückt halten. Äh, kurz gedrückt halten. Kurz drücken. Und dann gedrückt halten. So rum. Und dann ziehen wir hier einfach den Strom wieder raus. Perfekto. So muss das funktionieren. Hier kommt noch so eine kleine Kappe drauf. Direkt als Schutz für die Linse. Und besser kann es doch eigentlich nicht laufen. Für einen geringen Preis. Alles gekriegt. So. Wir haben hier übrigens bei den Phantom zwei Akkus die Möglichkeit zu gucken, wie voll die natürlich sind. Der zeigt mir jetzt ja hier an der Stelle an. Der blinkt schon. Also der ist wirklich am Ende. Den habe ich wirklich leer geflogen, bis die automatische Landung vollzogen wurde. Mit Coming Home Punkt. Fand ich sehr geil. Und wenn man fünf Sekunden gedrückt hält. zeigt er dir die Lebensdauer an. Und da sieht man, es leuchten alle vier LEDs auf. Das heißt, der ist noch nagelneu. Der wurde vor drei, vier Monaten von dem guten Herren gekauft. Der andere Akku wurde auch vor drei, vier Monaten gekauft. Und dann fiel ihm irgendwie ein Mensch. Jetzt hast du knapp 200 Euro für zwei Akkus ausgegeben. Verdammt nochmal. Verkaufst du doch die ganze Drohne für 225. Die eigentlich vielleicht samt dem First Perfensure Set und kein Absturz eigentlich einen Wert hat. In meinen Augen von locker 300, 350 Euro. Aber wie gesagt, hat er das gemacht. 225 inklusive Versand übrigens. Der auch nochmal 6, 7 Euro kostet. Also kann man nicht meckern. Kann man wirklich nicht meckern. Ja hier, wie gesagt, lädt das Teil. Was mich so ein bisschen ärgert. Ich meine, ich finde das cool, dass der mit 4 Ampere hier die intelligenten Akkus lädt. Aber wenn ich sehe, dass mein einer Akku, der erste Akku, schon nach 40, 45 Ladungen minimal aufgebläht ist. Warum lädt man dann mit 4 Ampere? Kann ich das nicht individuell einstellen, dass ich mit 1 Ampere, 2 Ampere, 4 Ampere, dass ich mir das aussuchen kann? Mit wie viel Ampere? Was haben die sich dabei gedacht? Na klar. Locker sagen die sich. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Also müssen Akkus auch gekauft werden und sollen nicht drei Jahre halten. Denn so läuft es nämlich nicht in der Marktwirtschaft. Ich bin gespannt, wie lange man mit den Dingern Freude hat. Und ich werde auf jeden Fall mal jetzt demnächst ein Video dann online stellen. Vielleicht auch jetzt gleich hinterher. Dass man mal sieht, wenn man hier eine Full HD Cam dran hat. Mit Gimbal natürlich, wie cool das aussieht. Hier ist es nichts Besonderes, weil hier hat man kein Gimbal, sage ich mal. Solange hier das Gimbal halt nicht dran ist. Oder ich baue es halt um. Oder wie weiß, weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Oder ich behalte halt beide und nehme für jede Flugphase eine. Das ist ja auch dann Schnurz. Ja, da kann man auf jeden Fall dann gewiss sein, dass man hier diese normalen Kipp-Versuche überall mit drauf hat. Das sieht halt blöd aus, auch bei First Person View. Deswegen bin ich am überlegen. Ich habe noch so eine Action Cam, die auch einen Live-Ausgang hat. Die einfach hier an den Sender dran zu klemmen. Die hat auch so ein Mikro-USB-Kabel, wo diese Ausgänge halt dran sind. Für Video und Audio. Und, na gut, Audio braucht man ja eigentlich nicht. Aber für Video definitiv. Und dann kann man direkt die, ja, die eine hier, sage ich mal, deaktivieren. Oder, was weiß ich, hier oben mit rein. Und dann funktioniert der ganze Spaß. Ja, das soll es dazu erstmal gewesen sein. Ja, ihr wisst, so aktuell, so geht es gerade ab hier. Drohnen fliegen macht auf jeden Fall Spaß. Da ich ja, wie gesagt, noch von der Phantom 1 eine ganze Menge Kram dabei habe. Da liegt auch gerade die Action Cam mit drin. Haben wir jetzt hier nicht das Problem, dass wir hier Mangel an Teilen haben. Sondern ich werde vielleicht auch nochmal, wenn nicht der Hase packt, was weiß ich. Wenn ich die Lust dazu finde, die Phantom 2 auch auf Phantom 2 Modus umbauen. Dass die halt ein bisschen bulliger und breiter aussieht. Weil ich habe ja noch von dem guten Fotografen, muss man immer wieder sagen. Also der war wirklich top drauf. Ich habe ja noch das höhere Landegestell, zwei Stück, zwei Beine. Weil er gesagt hat, Mensch, falls du hier mal kaputt brichst. Der hatte auch noch eine Phantom 2 Vision Plus. Die hat er aber nicht rausgerückt. Zumindest nur für 450 Euro oder so mit acht Akkus oder so. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. So viel fliegt man ja dann doch nicht. Drei Akkus reichen oder zwei reichen auch. Und dann werde ich einfach das höhere Landegestell vielleicht noch hier dran bauen. Aber solange das kleine Landegestell hier noch seine Arbeit tut, bleibt es natürlich dran. Da wird nicht dran rumgefuscht. Wichtig ist, die Ersatzteile sind da. Und vielleicht ansonsten nochmal andere Props drauf. Aber solange die auch nicht kaputt gebrochen sind, alles in Ordnung. Ja, das soll es gewesen sein in der Zeit, wo wir hier erzählen. In den 28 Minuten. Ich habe den ja erst vorher herangesteckt. Vielleicht zwei Minuten vorher. Hat er schon die Hälfte des Akkus geladen. Das heißt, in 30 Minuten sind schon locker 50% des Akkus drinne. Und er will auf jeden Fall höher gehen. Da sind schon die drei Schritte, die er jetzt zeigt. Also definitiv, das 4-Aper-Ladegerät geht auf jeden Fall gut zur Sache. Wenn es denn nicht die Akkus schrottet mit der zu hohen Ladegeschwindigkeit. Das soll jetzt an der Stelle erstmal gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ich sie euch beantworten kann, stellt sie einfach in den Kommentaren. Ansonsten gibt es hier einen netten YouTube-Kanal, finde ich persönlich. Also einfach mal so ein bisschen Werbung für andere. Arthur Konse nennt der gute sich. Hat der ein oder andere Drohnenflieger schon mal gehört. Richtig korrekter Typ, wie es aussieht in den Videos. Der hat da richtig einen Plan von und hat richtig viele Videos von online gestellt. Und ja, das ist auf jeden Fall für Einsteiger das Richtige. Da habe ich mich auch erstmal durch die Videos gewühlt, um überhaupt festzustellen, Phantom 1 oder Phantom 2. Nun habe ich sie beide und Phantom 3 wird aber in den Regalen stehen bleiben. Die brauche ich da nicht mehr. Auch wenn es die Live-Video-Übertragung per HD ist in 720p. Schöne Sache. Vielleicht mal, wenn es ein Angebot gibt, jenseits der 200, 250 Euro mit ein paar Akkus dazu. Dann kann man mal drüber sprechen. Das soll es dazu erstmal gewesen sein. Wir sehen uns wie immer bei der nächsten Video-Review oder Review, wie auch immer. Auf Wiederschauen.